Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Luigi's Mansion 3 mit mir, dem Twankey. Ja, beim letzten Mal sind wir ins Öko rausgekommen und da hat der Gärtner mir gehörig das Leben versaut, indem er mir die Möglichkeit genommen hat, den Knopf direkt von Anfang an mitzunehmen. Ja, ich bin aber relativ hoch schon gekommen. Ich hoffe, dass ich den heute noch gefangen kriege. Oh, Geld. Geld. Hallo, Geld. Ähm. Ah. Wahrscheinlich pusten. Ja, pusten. Pusten mal richtig. Ich puste. Es ist so licht, wie es sollte. Und hier ist doch jetzt bestimmt auch noch was. Wenn er mir hier schon so was anbietet. Zäubigen, wenn ich wiedergekommen. Ich will die Dinger hier aktivieren. Weil die Geld bringen. Dann zerschreddere ich sie. Für nix. Okay, das war eigentlich nur Geld, was ich hier finden konnte. So. Hier ist jetzt nix. Was wollte ich sagen? Ich will darüber. Boah, ich wäre gerade fast runtergekracht. Und hier kann ich was kaputt machen, glaube ich. Auf jeden Fall sind da Pilze drin. Keine Ahnung, was ich mit den Pilzen soll. Ich würde da aber gerne, ehrlich gesagt, einmal rein. Das kann ich doch hier rufen. Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt passiert wieder was. Raben. Ah. Da muss ich hin. Und darüber würde ich dann da dran kommen. Und da ist wieder dieser scheiß Gärtner. Oh nein. Ah. Ich hab's aufbekommen. Bin auch ein bisschen mit Kopfschmerzen. Einmal durch, Luigi. Ich hab's schon gesehen. Da hinten ging's runter. Das konnte ich so leicht sehen, als ich durchgeguckt habe. Ich gucke gleich, weil es mit den Pilzen auf sich hat. Ich will erst mal gucken, darunter. Oh, Leben. Ich hätte so eine Leichtheit gesehen, dass es darunter ging. Und ich sollte recht behalten. Ich konnte hier tatsächlich nach unten. Da ist das Juwel nach der Suche, nach dem ich strebe. Und ich sehe da eine Röhre. So ganz leicht. Jetzt fehlt nur noch eins von den Juwelen. So. Direkt eingesammelt, die Pflanze. Luigi, du kannst übrigens wieder zurück. Durch Holz kann er nicht durch. Das wäre eine unnötige Arbeit. Was kann ich mit diesen Pilzen machen? Kann ich drauf rumspringen? Ja, ich kann drauf rumspringen. Ui! Mein nächster Test wäre gewesen, ob ich ihn einfach einsaugen kann. Bevor mich hier irgendeiner meckert. Den kann ich doch zählen ziehen. Der sieht schon so aus. Damit ich da drauf kann. Dann will ich da hochkommen. Eine andere Möglichkeit ist aber auch unlogisch. Uh, Aua. Mir tut dahinter weh. Wohin führt diese Röhre? Bin gespannt. Ah, okay. Nur zurück. Mitten im Geldregen. Den nehme ich doch. So, geht drauf. Und hoch. Hoch den Arsch. Kann ich da hochklettern, links? Ja, sonst kann man hochklettern. Pilze übrigens niemals essen, Leute. Nur Champignons. Die sind die einzigen Pilze, die ihr essen könnt. Andere Pilze sind nicht besonders gesund für euch. Ich räume ab. Ich mach die Gärtnerarbeit zunichte. Das ist meine Rache an den Gärtner. Dafür, dass er mir alles versaut. Und weg war die Pflanze. Okay, bevor ich das öffne, will ich einmal da rüber. Da hinten wird irgendwas von den Blättern verdeckt. Ja, komm. Komm. Hier rüber. Danke. So. Das hat geklappt. Jetzt pusten. 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 Hallo, wie ist der Rabe? Hä? Ja. Das wollte ich nicht. Okay. Ich komm dem Ziel so langsam näher. Ah, ich seh schon das Juwel. Jetzt ist nur die Frage, wie ich dran komm. Wahrscheinlich hier rüber. Ja, da hinten kann man offenbar durch. Und darüber komme ich jetzt wahrscheinlich ans Juwel ran. Erstmal gucken, liegt hier noch irgendwo was? Nö. Schönes Geld einsammeln. Und schon habe ich alle Juwelen. Ja. Ökos Juwelen. Alle kompletiert. Okay. Jetzt das Aufziehen. Höchstwahrscheinlich mit beiden, äh, Luichis. Also, Luigi muss auf der anderen Seite wahrscheinlich arbeiten. Und. Go. Und jetzt schön fangen. Nicht, dass es wieder rüberfliehen. Fluichi. No, 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 no. Och, nöö. Ich fühle mit Luigi. Nicht schon wieder runter. Kann ich irgendwo runter einfach slideen? X? Ich kann hier X machen. Uah. Okay, auch wenn es unten gibt es zumindest. Oh. Da ist der Knopf endlich. Och mann, jetzt hör aber auf. aus oh, ne Kettensäge ich seh schon, wie dieser Kampf abläuft nein kann ich ihn vielleicht du, nimm das mein Hund trägt gerade hier, Anfälle okay es bringt uns wahrscheinlich nichts, alles abzusehen komm, beiß zu muss ich doch, der muss da reinbeißen dann muss ich das abzählen dann kann ich das loslassen und ihn einsaugen wenn ich mal richtig anstellen würde so, und jetzt einmal ein paar Mal rufkloppen und mit zweimal so kann ich ihn dann auch rufkloppen okay ja, er ist verstatten worden jetzt lass ihn doch mal wie auch die auch das schön alles auf den Weg gebracht schade, ich dachte, ich könnte so den Mund verkleben beiß doch da rein jetzt beiß zu ich wollte schon sagen das sieht doch lecker aus und jetzt benächtig dich tschüss du scheiß Gärtner der kam verisig der wich nach oben der hat genervt ach, wieso muss ich das denn jetzt von da oben ausholen soll das da liegen das soll da liegen so ja komm, lass mich hoch ich will's haben und jetzt bitte dich schon wieder fallen lassen Luigi ich will's haben ich will's haben damit hätte ich dies geschafft damit kann ich mich dann von dieser Etage verkriechen aber ich hab das Gefühl ich hab was vergessen naja ich sag einfach auf zur nächsten Etage, Leute dass wir da zumindest schon mal anfangen oh ja haha yeah und please wie viele Räume haben wir denn noch vor uns also wie viele Etagen wir haben Etage 8 erreicht wir haben noch 8 vor uns zusammen mit der 9 also gefühlt werden es dann noch 9 folgen das könnte ich dieses Jahr noch schaffen wenn ich nächste Woche dann so eine Luigi's Mansion Runde mache ich mache zur Zeit auch Pokémon jeden Abend dann kriegen wir Luigi's Mansion rum und dann können wir endlich mal den Multiplayer machen auch bin ich schon ultra gespannt es hieß Filmstudio also werde ich wahrscheinlich hier einen Film drehen können und jetzt wahrscheinlich muss ich jetzt am Propeller drehen das ist doch bestimmt schon das erste Teil ah hier sind es Filmrollen ok eine habe ich schon perfekt oh ein kleiner Easter Eggs Mario Strikers Shark and Football das alte Luigi's Mansion das ich versuche gerade hier das Gimmick zu erkennen das hier könnte von Little Mac das Spiel sein das ist sogar Punch-Out das ist Little Mac und hier bei links da weiß ich es ehrlich gesagt nicht aber cool kleine Easter Eggs ok da war jetzt ein Gate drin nicht da ich mich beschweren will aber es gefühlt hat ein bisschen wenig ich hab den Emmy bekommen ich wusste es ich mach da mal mit die Glöpze an so lefliici du musst da einmal durch ok dann mach mal da war Geld drin das nehm ich ok ab äh vor die Glotze was kann ich mit der Glotze machen die Glotze elektrizität ach der kann da durch oder wie ja der kann da einfach durch geil die Laptop ach Laptop die fernseher die scheinen Portale zu sein aber da scheint nicht ganz schmerzfrei zu sein ok darauf kann ich aufbauen ich will jetzt noch ein zwei Räume da sehen dann machen wir für heute Schluss den Rest hebe ich mir dann für die nächste Folge auf die schlimme Sequenz die brauchen wir nicht mehr ok zu dem Dude muss ich höchstwahrscheinlich ich geh jetzt aber erstmal diesen rumgucken Geld mein bester Freund ich und das Geld gehören halt zusammen ok das kann man drehen also lasse ich Luigi das noch nehmen und freu' mit Luigi solange ich noch alles andere habt oh da kommt ein Geist das gibt hier Geld oh ganz einfach irgel die aber Programmen Geld minus verdammt Ok, ich hab da Filmrollen, die kann ich einsaugen. Hallo, gib mir den Film. Keiner außer mir darf ihn sehen. Ok, und dann gehen wir noch in den nächsten Raum. Oder wisst ihr was, wir heben das hier jetzt für das nächste Mal auf. Ich erinnere mich noch ordentlich was für die nächste Folge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, natürlich abonnieren, Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde dir dann sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.